Georg Nigl ist vielen als großartiger Interpret zeitgenössischer Musik bekannt und feiert nun sein Debüt als Alberich in Wagner Siegfried. Er ist sicherlich kein typischer Wagner-Sänger und wird gerade deshalb der Partie des Alberich seinen Stempel aufdrücken. Seine Interpretation basiert auf einer tiefgründigen Auseinandersetzung mit dem Werk und der Rolle, die man ja nicht unbedingt nur brüllen muss. In Kombination mit Sir Simon Rattle und einem der europäischen Troporchester, nämlich dem Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks, wird diese konzertante Aufführung sicher zu einem grandiosen Erlebnis. Überzeugen Sie sich selbst bei zwei Aufführungen in München, in der Hamburger Elbphilharmonie und in Luxemburg.